Willkommen bei NLTV mit dem neuen ESA Legro Smartphone mit einem 1 GHz Single Pro Prozessor, der A8255 von Qualcomm, wie ihr hinten ablesen könnt. Sowieso die ganzen technischen Daten könnt ihr hier ablesen, die brauche ich euch glaube ich nicht weiter erzählen, wie üblich. Wir haben bei ESA ein schickes Design, wird aber sehr günstiger auf den Markt kommen. Wir haben weiß und schwarz, schwarz ist matt und weiß ist ein bisschen spiegelnd hier, eine gute Kamera allerdings ohne Blitz. Wir haben Kopfhörer an der Oberseite und einen Ausschalter ebenfalls. Dann Lautstückregler, wie bei Windows übrig, muss man einen Kammerknopf noch dazu haben, Micro-USB zum Anschließen, zum Aufladen. Und ansonsten gab es hier nicht sehr viel, viel Neues und ansonsten, wie ihr erkennen könnt, es reagiert wirklich schön schnell. Wir haben hier schon ein paar Programme vorinstalliert und es wird glaube ich um die 200 bis 150 Euro kosten, wenn es rauskommt. Wir finden, es ist schön leicht, wertig eigentlich und sollte gut genug sein für Einsteiger, die das Gate verwenden wollen. Vielen Dank für's Zuschauen bei Neville.TV. Ich zeige euch jetzt noch die Kamera ganz schnell, wie gut da die Qualität ist, weil die ist meiner Meinung nach, wie von Microsoft eigentlich üblich, hervorragend. Und man würde es gar nicht denken. Bis zum nächsten Mal. Ich mache es mal das Skal mit dem ESA Allegro Smartphone hier von dem ESA Event in München. Ich mache es mal das wie das.